Meine Damen und Herren, ich habe neue Wasserstandsmeldungen. Wasser wird jetzt mein Thema. Ich habe Ihnen doch in der letzten Anstalt eine europäische Bürgerinitiative vorgestellt. Sie erinnern sich, right to water. Diese Leute kämpfen gegen eine neue EU-Richtlinie, weil sie befürchten, dass durch diese EU-Richtlinie die öffentliche Wasserversorgung in Europa, also da wo sie noch öffentlich ist, vielleicht zu leicht durch eine kleine Hintertür in die Hände von irgendwelchen Konzernen geraten könnte, die dann ihr fettes Geschäft machen auf unsere Kosten. Das befürchtet die Initiative. Das wollen die nicht. Und die waren sehr erfolgreich. Sie haben allerdings in Deutschland inzwischen 1,3 Millionen Stimmen dagegen gesammelt. Gegen die EU-Richtlinie und in anderen Ländern sind sie auch schon sehr erfolgreich. Ist ja eine europäische Bürgerinitiative. Ja, was mich aber sehr gefreut hat, dass sich auch unser Deutscher Bundestag im Februar mit dieser für uns so wichtigen Frage beschäftigt hat. Und zwar praktisch gleich eine ganze halbe Stunde lang. Und das hat mich total gefreut, weil alle Parteien im Deutschen Bundestag waren sich einig, dass sie diese EU-Richtlinie eben so nicht wollen. Waren sich alle Parteien einig. Wirklich alle Parteien waren sich einig. Also außer der FDP selbstverständlich. Also aber gut, wenn man die da zurechnen will. Also schön, waren sich alle einig. Wirklich, ich habe mich so gefreut. Auch die Union war sich mit allen einig. Da schauen Sie her. Wasser ist ein Stück Lebensqualität. Nein zu Privatisierung. In diesem Sinne, dafür steht auch die Union. Danke schön. Da habe ich mich so gefreut. Alle waren sich einig. Und dann wurde abgestimmt. Ja, wo sich fast alle einig waren. Wurde abgestimmt über einen Antrag der Grünen, dass das Parlament sagen soll, dass sie das nicht will. Diese EU-Richtlinie. Also dass sie dagegen sind. Ja, wurde abgestimmt. Ja, habe ich gedacht, das wird langweilig. Sind sich ja außer der FDP alle einig. Und dann allerdings bei der Abstimmung war die Union plötzlich nimmer dagegen. Also vorher schon. Vorher waren es total dagegen. Wo, wir sind dagegen. Wo, wo, wo. Hauptsache das Maul wackelt. Ja, und bei der Abstimmung dann nimmer. Ja, dann nimmer. Ja. Habe ich gedacht, ja erst dafür, dann nicht. Eigentlich möchte ich doch ein wenig eleganter verarscht werden. Ja, und aber, aber warum? Weil der Antrag kam von den Grünen. Und ja, so ist es halt in der Politik. Verstehen Sie? Wenn mein politischer Gegner zufällig meiner Meinung ist, dann ist das eine Provokation. Eine Unverschämtheit. Dann hätte ich ja mal das Recht geben. Und wenn die dafür sind, sind wir dagegen. Und wenn die dagegen sind, sind wir dafür. Ja, so läuft es leider in der Politik. Aber wissen Sie, in einer so wichtigen Frage wie dem Wasser, das finde ich fast ein wenig deprimierend. Da muss ich sagen, Hut ab vor der FDP. Die FDP ist konsequent. Die FDP ist immer konsequent. Auch im Schwachsinn. Mein bitte, die FDP, die FDP hat Argumente. Die FDP hat überhaupt kein Problem mit dieser EU-Richtlinie, weil die FDP sagt, bei der öffentlichen Wasserversorgung und den Stadtwerken, gerade in Deutschland, da muss sich ja mal was ändern, weil wenn die ihre Lizenzen vergeben, die Stadtwerke, weiß man ja nicht, ob da nicht auch gemauschelt wird. Und hören Sie mal, dieses Argument der FDP sollte man ernst nehmen, weil wenn sich einer auskennt beim Mauscheln, dann doch die FDP hat auch im Bundestag gesprochen, schauen Sie her. Ist denn beim Wasser, frage ich Sie, Vetternwirtschaft wichtiger als Transparenz? Ja, hat er recht, Transparenz. Transparenz beim Wasser. Wollen wir haben, fangen wir mal an mit der Transparenz. Ich möchte zum Beispiel gerne mal Transparenz haben und wissen, warum unter den Beratern der EU-Kommission in Brüssel, die den EU-Kommissar Barnier beraten bei den ganzen Wasserfragen, warum unter diesen Beratern so auffallend viele Lobbyisten sind von irgendwelchen Wasserfirmen und Investmentgesellschaften, also genau die Leute, die sich später doch dann mal dank der EU-Richtlinie möglicherweise dumm und dämlich verdienen werden. Warum hocken die da? Das sagt mir, sagt mir, der Barnier sagt, es ist einseitig, sagt der Barnier, der EU-Kommissar sagt selber, es ist einseitig, sagt er so, ja, meine Berater sind einseitig. Das finde ich fast ein wenig deprimierend. Und da muss man doch die FDP loben, dass ich sage, Transparenz. Muss ich die FDP loben, die haben Recht. Das habe ich heute schon zweimal gegen meinen Willen die FDP gelobt. Das ist wirklich deprimierend. Applaus Vielen Dank.